Musik Jo Leute, willkommen im neuen Gaylord Video. Hier wird wieder gegayt, hier wird wieder gegehen und wir gehen ab, wie die Mutterficker. Und, ja, jetzt krieg ich gleich ein Headshot. Ah, okay, kein Headshot, aber... Wie so ein Opfer. Ich hab noch nicht herausgefunden, ob es fuck you all oder fuck me all ausgesprochen wird. Auf jeden Fall wird jetzt hier mal richtig abgegangen, ja? Aber, das tut weh. Meine Mama hat gesagt, du lässt es, ja? Deine Mama hat gar nichts gesagt. Und die Maus, die heißt Klaus und meine Raps, die sind Beste, ja? Die Besten, Junge, wenn schon, ja, du Peanuts-deutsch-geficktes Pisskind. Oh, ich bin fast in meine eigene Granate reingelaufen. Boah, wo bist du, du geile Missku? Das ist ein Gaylord-Video und jetzt seh ich dich im Video. Äh, nein, aber egal. Das erinnert mich an dein Chemieklo. So, wo bist du, du Missku? Ich werfe dich ab mit meinen Granaten und dann denke ich, ich hab einen Haken. So, wo bist du denn, du Schwanz? Ich kill mehr als nur eine Gans. Oh, scheiße, Alter, das geht ja richtig ab hier. Da hast du voll gefailt, Alter. Ich finde das peinlich. Und du wäschst dir deine Hände bitte reinlich nach dem Ejakulieren mit deinen Missketieren. Ich werfe dir den so gegen den Mund, dass du denkst, du bist ein Schund. Nein, und gesund. Ey, Junge, ich wollte jetzt richtig abgehen und hier mal den Rasen mähen und dann hab ich gesehen, von drei Kills hast du den ersten selbst gemacht. Indem du dich selbst umgebracht hast. Du Missgeburtenkind. Ah, Missgeburten, warum gibst du mir mal einen Headshot, hä? Kannst du dich mal in die Eier geben? Ich mach's halt gerne in den Mund und der ist danach ziemlich wund. Ich bin weltbekannt und gebe Grund, das hier ist mein Mund. Die Tonne geht hoch wie der Schwanz deiner Mutter und deswegen denke ich an den Kutter, denn da geht man richtig ab. Wie viel Leben hast du noch? 49, du Opfer. Das reimt sich auf Opfer und deswegen geb ich hier bekannt. Mein Name ist weltbekannt. So, wo bist du denn, du Pissgeburt? Ich hab dir doch tausendmal in deine Eier geschossen. Warum hältst du es nicht mal mehr mit den Bossen? Ich hab dich gesehen, du Missgeburt. Oh, scheiße, das war's für mich. Jetzt geht's hier richtig ab, Kurt. Ich würd's mich jetzt lieber schnell verpissen, sonst wirst du hier werden voll gedissen. Ich hab dir grad voll den Headshot gegeben und trotzdem bist du nicht tot. Warum? Ich bin halt voll der Hacker, ja? Und ich kann's einfach besser, als du und deine Oma insgesamt, die ist für mich im ganzen Land nicht so bekannt. Kannst du mal aufhören, so geile Witze zu machen? Weil, die gehen mir grad voll auf die Nerven, ja? Okay, aber die Nerven, die nennt man auch Sehen und deswegen werde ich das jetzt dehnen. Hä? Hä? Das ist Spaß. Wo bist du, du Missgeburt? Ich schick dich gleich so wie Kurt. Erstmal die Waffe laden hier, ne? Boah. Ey, ich hab's Kopf drauf gemacht und dann hab ich nichts mehr gesehen. Und dann hab ich gesehen, wie wir hier abgehen. So, da oben stehst du und ich knall dich voll ab. Ich nehm dich voll von hinten. Wie viel Leben hast du noch? 56, genauso wie dein Vater. Und ich finde, das ist gerader. Warum sporkt man eigentlich in der Nähe des anderen? Ich mein, es gibt doch auch noch andere Bitches als Kanten. Jo, Motherfuckers. Das war mein Freestyle-Rap. Und wenn er dir gefallen hat, dann abonniere mich. Dann like meine Videos, genauso wie ich nicht. Und jetzt geh ich mit dir vor Gericht. Wo bist du denn, du Pilsporngeburt? Ich entdeck dich nicht. Wo ist Gott? Hä? Wo bist du denn? Maul. Abu. Ich hab gerade ganz verzweifelt. Wo bist denn du Pissbeule? Abu, du hast auf mich geschossen. Oh nein, ich glaub ich hab voll daneben geschossen. Mach lieber einen Vertrag mit den Bossen, da wird hier auch weniger geschossen. Jo. Jetzt maul. Ich hab dich voll genommen und trotzdem bist du nicht tot. Du bist voll der Hacker, Alter. Und das erinnert mich an Walter. Cool. Jo, ich glaub du bist so schwul. Du bist doch nicht mal cool. Aber dafür hast du coolt. Das war der beste Rhyme ever. Und ich hab jetzt ein Headshot gekriegt. Von meinem? Penis? Nein. Muschi? Ja. Okay. Ich hab voll den Headshot gekriegt. Und da denke ich an Ingrid. Ey, wo bist du denn jetzt schon wieder? Abo. Das war mit der Sniper. Du kannst doch was von von Quickscoping. Du hässliche Scheißschlampe. Lass mich bitte mal ausreden. Danke. Bitte. So, du hast schon wieder deinen Text vergessen. Ja? Deswegen, du kannst dich nicht mit meinen Beatbox-Skills messen. Du bist einfach viel zu schlecht dafür. Und deswegen sag ich... Äh, scheiße. Tja, du bist ein Fail. Das letzte Video haben wir gar nicht aufgenommen. Wir wollten es eigentlich hochladen, aber dann haben wir gewonnen. Und dann haben wir gemerkt, diese Videos sind sehr viel wert. Ich hab dich jetzt voll gedisst und schon wieder nur noch 56 Leben. Was wird er mir dafür geben? Ich werde ihm wählen mit einem harten Kick. Und darauf reimt sich Arschdurt. Yo, was ist mein Kass? Halt, Stopp! Hey, ich geb dir noch keinen Anhaltspunkt für einen neuen Witz. Komm mal bitte. Und ich schieß dich nicht ab. Yo, der ist voll gut. Und wir gehen ja richtig ab. Aber ich schieß dich jetzt ab. Yo. Danke. Bitte. Willst du noch mehr von so harten Kick... Hey, guck mal links nach oben. Ähm, nee. Halt, Stopp. Ähm, so. Wo bist du denn jetzt? Ich wollte gerade deine Waffe nehmen. Und dann hab ich gedacht, ich will nicht deine Oma durchnehmen. Hä? Wo bist du denn? Junge, du wolltest meine Waffe nehmen und nicht meine Oma durchnehmen. Außerdem, hör auf, von Toten zu reden. Entschuldigung, ich hab gerade Hunger gekriegt. Warum muss es denn auf jede so einen Scheiß geben? Yo, mein Name ist Serge Gaylord. Ich hab es einfach mal drauf. Ich schieß dich in dein Gesicht. Und dann denk ich mal, du kriegst... Yo. Ey, ich hab schon einmal getroffen. Das war voll der Leck und voll der Bug. Und ich sag... Halt's mal. Oh, fuck. Yo, ich hab mir die Alate geworfen. Und jetzt kriegst du schon wieder... Ja, ich hab's gehört. Aber... Ey, willst du mich verarschen? Ich hab dich voll getroffen. Eigentlich nicht. Bist du eigentlich besoffen? Ja. Du zielst überhaupt wie so ein Schwein. Ja? So was macht mich überhaupt nicht rein. Äh, sollte es auch nicht. Weil dann kriegst du ein paar Gewicht. Ja, das liegt einfach an meiner Waffe. Ja, weil ich treff dich hundertmal und trotzdem stehst du immer noch da. Nur jetzt bist du weg. Und dann denke ich... Boah, voll fett. Das hat dich jetzt nicht gereimt. Aber das ist auch nicht das Wichtigste hier. Ja? Ey, du Schwanzlöter. Guck mal hinter dir. Da ist ja jemand. Maul. Söse. Der hat mir voll in die Eier geschossen. Warum steht dir jetzt ein Kopf? Soll das etwa doppelleutig sein? Keine Ahnung. Und jetzt kommt er da rein. Oder er geht doch nicht rein. Denn er passt nicht rein. Er ist zu fett. Genau. Jo, jetzt versucht er zu schießen. Und ich denke mal, er failed. What the hell is going on? Don't know you, motherfucker. Ich dich hab gewonnen. Was geht denn hier on? Gehst du einmal off, dann denke ich... Oh, shit, Alter. Der schießt durch den Zaun. Was ist das denn für ein Gangstar? Gangstar. Du bist voll der Araber. Nein, ich bin ein Alter. Ey, das ist voll der Bug. Genau zehn Schuss habe ich verbraucht, um deine hässliche Fratze umzubringen. Alter, ich kenne noch einen Bug. Und der ist, wenn du in den Spiegel guckst. Ja? Ey, das gibt es doch nicht. Ich hab tausendmal auf dich geschossen. Ich denke, mein Ding ist einfach zu breit für diesen Zaun. Weißt du was? Ich frag mich gerade etwas, ja? Und zwar, warum gebe ich dir meinen Headshot? Weil du den Heck drauf hast. Ich hab keinen Heck drauf. Revenge, Alter. Halt's mal. Ich wundere mich, warum die ganze Zeit so ein Kreuz in der Mitte des Bildschirms ist. Jo. Und warum? Das musst du rausschneiden. Ja, das glaube ich auch. Halt's mal. What the hell? What the fuck? Jo, das ist halt beim Pro Gaming. Das, was du nicht drauf hast. Ich wollte jetzt mal deine Waffe nehmen und dann hab ich gesehen, das ist ein Sniper. Die will keiner haben, also geh zu den Raben. Ich wollte eigentlich gucken, schlag den Rab und lass mir einen gefallen, den keiner mag. Jo. Sehr mal kurz. Guck mal hinter dir, du Opfer. Ey Mann, ich hab voll auf dich geschossen. Trag's lieber mit den Bossen, wie viel Leben hast du noch? 46. Und 5 wurden mir gerade davon abgezogen, weil ich mir irgendwo runtergesprungen bin. Aha. Ey, Alter, wie viel Uhr haben wir eigentlich schon und wie lange nehm ich schon auf? Denn ich hab's eigentlich drauf, aber ich will meine Skills jetzt mal nicht so zeigen. Scheiß Bildchen. Ey, Alter, ich hab dich voll abgeschossen. Trag's lieber mit den Bossen. Weißt du was? Ich mach mich hier grad zum Depp, ja? Warum geb ich dir die ganze Zeit Headshots? Ja, du blieb mir langsam auf die Nerven. Ich will dir mal einen Nachschub geben. Ich kann den Bossen. Ich kann den Bossen. Ich kann den Bossen. Untertitelung des ZDF, 2020